Ja komm, Quatsch nicht. Glück geschlossen. Dir ging es auch schon mal besser, oder? Ja... Geht dir nichts an. Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also habe ich mir einen Truppenchip besorgt. Ich bin in den Knaus, aber die haben gerade nicht Zeit. Jetzt arbeite ich draußen, um meinen Ripper zu bezahlen. So. Ich arbeite nicht, Schätzchen. Niemand arbeitet hier. Judy ist mal wieder total peinlich. Hey, wo willst du hin? Hier gibt es nichts zu sehen. Lass gut sein. Ist ein Freund von Judy. Sicherer Bereich, okay. Guten Tag. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Wenn du es so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Hallo. Hallo. Hi, Judy. Du lässt einfach nicht locker, oder? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Oder war das zu subtil für dich? Was? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Was ist ein Mocks? Warum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Hör mal. Hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Die Tastatur ist krass. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpuschten Job machen kannst? Nö. Du weißt, wie der Überfall lief. Das bedeutet, du hast mit ihr gesprochen. Ich weiß, du hast Scheiße gebaut. Hast deine Choombas alle wie ein echter Profi draufgehen lassen. Nein. Ich bin auch nicht heil davon gekommen. Ach komm. Ist doch Berufsrisiko für euch Söldner. Stimmt. Ja, ich bin ein Risiko eingegangen. Sind wir alle. Aber Evelyn hat uns da reingeritten. Sie wusste von Anfang an, worauf's hinausläuft. Meinetwegen. Bär saufen sowieso alle in der gleichen Pisse. Aber du bist verzweifelt, oder? Ich seh's dir an. Ist einfach durch mit durchgegangen. Ja, komm. Okay. Sagen wir einfach, ich bin ziemlich am Arsch. Der Biochip, den wir bei dem Job geklaut haben, bringt mich langsam um. Der Job kam von Evelyn. Vielleicht weiß sie, wie man es aufhält. Deshalb muss ich wissen, wer sie angeheuert hat. Hm. Sagen wir, ich glaube dir. Na gut. Evelyn ist ne Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Such dort nach ihr. Und wo ist das? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Ja. Jetzt haben wir noch Danke oder so sagen. Zigarettenetui, Schreibtisch. Schreibtisch. Ah, hier. Mega Tower? Wie dekadent. Warte. Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Klar. Ich rufe dich an. Okay? Danke. Danke, Vy. Bist ihr doch nicht so Arschloch, oder? Eigentlich bist du ein ganzer Nette. So, was geht hier? Hier kann ich raus. Gibt es da bestimmt noch irgendwas? So. 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 Mein Chef. Oh, boah. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Gramm in einem verblassenen Verstand. Ich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud? Warum auch nicht. Machst du doch was oder stehst du einfach nur rum und nervst mich? Okay. hier geht es heraus, hier geht es in die Farbe aha ein bisschen umschauen hier was, ok zweimal dasselbe Plakat mal auf ok, da liegt was ok was gibt es hier noch da was rum spiegel schauen ok ist es hier drin? ah, Lounge andere Lounge ist wohl normal du bist neidisch oder was? willst du den Alltagsstress vergessen und auch ins Paradies? Warte keine Mikrosekunde länger! warum kann ich mein Auto nicht holen? Mr. Hands, wer bist denn du? man nennt mich Mr. Hands wenn du Jobs im Pacifica suchst, ruf mich an ich bin wie? war es kein schön dich kennenzulernen? es ist mir eine wahrhafte Ehre wenn du Jobs suchst, ruf an ach ja ok ich ich hätte gerne mein Auto wieder aber das ist irgendwie komplett geschrottet oder so neunhundert Meter boah echt jetzt ich will meine Karre wieder haben warum geht das nicht? hm aber aber ist wahrscheinlich enggültig geschrottet fangen wir nicht zusammen? ok wo muss ihn hin? und hier los? ok ok quer fällt ein einfach es sieht ja aber schon geil aus auch mit der mit der Mist Grafik sieht schon geil aus ja irgendwie kann ich dir da mach mal einen auf GTI sehr gut überfall im gange scheiße das bin ich wo waren die Kameraeinstellungen Einstellungen Kamera ändern Tastenbelegung im Fahrzeug Kamera Fahrzeug Kamera fahrzeugkamera nein nein steuerung ach mensch wo war denn das Tastenbelegung? Radius R brauche ich nicht wo war denn die Kamera Ansicht? Video war es nicht ja sorry da müsst ihr jetzt durch stinklangweilig wenn ich ein grafik gameplay steuerung das ist ein C dialog überspringen im Fahrzeug Kamera wechseln cool ok kann tatsächlich einen auf GTI machen und einfach die Karre klauen so das war eine schöne Karre Ups ok es war auch mal eine schöne Karre 700 Meter Ups aber weiß irgendwer warum ich meine meine Karre nicht herrufen konnte mit V warum geht das nicht? aber ich kann einen auf GTI machen kann auch Karre klauen ja ah lang lang ist zäh wakakoukada die Herren von Westbrook wenn du kurz Zeit hast komm zu mir wir müssen eine Rechnung begleichen hab du hast das sehr gut gemacht du und auch dein Freund bis bald ah ich krieg die Kohle für die für die die wo ich gerechnet hab ok äh gerittet hab jetzt fährt er da jetzt fährt er da oh Gott danke fürs Auto jetzt scheinmal da hin hab gehört du hast gestern 50% Rabatt auf alles haha gibst du auch ok ok hier willkommen geht rein so wie ich das sehe wirst du hier entweder flach gelegt oder umgelegt worauf werden wir hm hm willkommen bei N44 Zeit für die Lokalnachricht die Gewalt hat was ist mir diesmal entgangen sag schon die Braindance Puppe verbirgt was kein Zufall dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben das Haus gehört sicher denen ich hab einigen gesehen ich hab einigen gesehen jetzt mal oder redet der von den aber Saka und die Tiger Claws stecken unter einer Decke interessant jeder Konzern hat Dreck am Stecken aber die Straße hat eigene Gesetze diese abschauen Gangs machen die Drecksarbeit damit kein Anzug schmutzig wird überrascht dich das? nö nein ich meine wenn Evelyn verschwinden will jetzt ist sie weg Mensch ach neffig ah Cloud ok geschlossen ganz toll wo 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 will er denn hin? Waren ok Erinnerungsflashback ja etwas später kein Erinnerungsflashback etwas später naja Moment wie 2 weiter 1 2 1 2 2 2 3 5 5 6 5 5 6 6 5 6 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 13 13 15 15 15 15 15 16 14 16 15 Wie kann ich denn Waffe wegstecken? Das nervt mir jetzt schon ein bisschen. Nein! Nein, 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 ja, ich will ja gar nicht. Ach, wie ein Kampf ist nicht möglich, ja, ich will ja gar nicht kämpfen, äh, was habe ich denn ausgerüstet, Charakter, nein, äh, Inventar. Ah, hier, die hat Schuss, die hat Schuss, die hat, kann ich die, kann ich die weglegen? Nein. Das ist aber jetzt echt blöd da, das ist echt blöd macht. Inventar. Waffen. Äh. Ah. So geht es. Okay, jetzt habe ich natürlich die weg macht, wo... Da habe ich noch Schuss drauf. Okay. Gut. So. Ah. Okay, sorry, äh, kann ich hier mal speichern. Oh Gott. Ein Stress ist das, ich wollte, ich wollte ja gar nichts machen. Okay. Uh huh. Cool. Let's go. Okay. So.